Ganz vorn in der Kollektion gleich ein ganz besonderes Pferd zu finden. Wir finden Kadanos, wir finden den Katuki-Sohn. Schon auf der Körung im Jahr 2011 war er hier bei uns in Pferden, war er auffallend und gut. Katuki aus Lordanos, Raphael, Lämmen. Bei Christina Martens in Ringstedt gezogen, hatten wir schon etliche Pferde hier in Pferden. Auf der Körung war es der Lordanos Sohn Lamberg, der Zellerlandbeschäler, auf der Auktion. Und später im Stall Wehrbaum erfolgreich war es die Saiba, die Zacharias-Tochter. Eine kleine Pause. Wir nehmen einmal gelb und blau, einmal als Lösungssprung. Wir sind sehr schnell im Rhythmus. Die Vierde kommen sehr schnell. Die Reiter müssen schnell umsitzen und haben kaum Zeit zum Abspringen. Schauen wir uns das hier einmal so ein bisschen an. Rot machen wir einen kleinen Ochser. Oberstange raus, hinten tiefer und schmal. Einmal zu Ende reiten. Gut. Gut. Okay. Alles einlegen, so wie es gehört. Klein bisschen breiter die Ochser gleich. Gut. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jawohl. Rundvorsichtig, ausgesprochen, vermögend. Erfolgreich in Springpferdeprüfung der Klasse A, bereits gesiegt und platziert, auch diese Runde hat überzeugt, loben, es genügt für Cardanos. Und nach Cardanos kommt Kalidros. Cardanos. 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 Cardanos.